Hallo bei astroshop.de. Mein Name ist Markus Schenk. GOTO-Teleskope sind die Navigationssysteme des Himmels. Eine GOTO-Steuerung ist so etwas wie Ihr ganz persönlicher, kleiner, elektronischer Astronom. Wenn Sie einen klaren Sternenhimmel haben und Ihr neues, brandneues Teleskop ausschleppen und anschalten und dann ein Objekt eingeben, fährt das Teleskop vollautomatisch auf das Objekt. Sie schauen dann durch Ihr Okular und Sie sehen das Objekt im Zentrum vom Okulargesichtsfeld. So einfach ist das. Doch wie bedient man so eine GOTO-Steuerung? Wir erklären Ihnen in diesem Video die GOTO-Steuerung anhand einer Skywatcher AZ-Eco 6-Montierung. Grundsätzlich gilt das aber auch für andere Montierungsmodelle, also nicht nur für Skywatcher, sondern auch für andere Marken, da die GOTO-Steuerung alle ähnlich aufgebaut sind. Also Sie sorgen erst mal dafür, dass das Teleskop bzw. die Montierung nach Norden ausgerichtet ist. Wir haben da auch ein spezielles Video, in dem wir das erklären. Dann sorgen Sie dafür, dass Sie das Netzteil anschließen, damit die Montierung auch Strom hat und die Handsteuerbox auf den richtigen Steckplatz installieren. So, als letztes schalten Sie die Montierung dann einfach ein. Die Handbox zeigt nach dem Einschalten zuerst die Meldung EQ-Mode, also parallaktische Aufstellmethode. Das bestätigen Sie mit Enter. Jetzt kommt die Version der Software. Wieder mit Enter bestätigen. So, jetzt kommt eine Warnmeldung, dass man nicht ohne Sonnenfilter in die Sonne blicken sollte. Das sollten Sie sich auf jeden Fall zu Herzen nehmen. Dann aber wieder mit Enter bestätigen. So, das nächste sehr Wichtige ist, die geografische Länge und Breite einzugeben. Denn wenn Sie das nicht machen, dann kann das Teleskop nicht das richtige Objekt einstellen, weil die Montierung nicht weiß, wo sie sich befindet. Bei uns in Deutschland, Österreich oder Schweiz geben wir die östliche Länge ein. Und zwar bei uns hier direkt ist das 10 Grad, 52 Minuten. Hier kann man dann zwischen Ost und West wählen. Bei uns, wie gesagt, Ost. Dann geht es weiter, 48 Grad nördliche Breite und 58 Sekunden. Und Enter drücken wieder. So, als nächstes müssen wir die Zeitzone eingeben. Die ist bei uns plus 1 und wieder Enter drücken. Dann sollten wir das Datum überprüfen. Wenn wir zum Beispiel jetzt August haben, den 15. 2014, dann müssen wir das so eingeben. So, und dann müssen wir die Uhrzeit eingeben, zu der wir genau beobachten. Das kann zum Beispiel 22.30 Uhr sein. Und dann wieder Enter drücken. So, das müssen wir nochmal mit Enter bestätigen. Jetzt müssen wir eingeben, ob wir Sommer- oder Winterzeit haben. Wir haben Sommerzeit in dem Fall. Und jetzt drücken wir wieder Enter. Und so, der nächste Schritt ist Begin Alignment. Also die Handbox fragt uns, ob wir einen ersten Eichstern anfahren wollen oder ob wir keinen Eichstern anfahren wollen und das Teleskop ganz manuell bewegen wollen. In dem Fall wollen wir einen Eichstern anfahren und drücken 1, yes. So, und jetzt können wir uns aussuchen, ob wir eine Ein-Stern-Eichmethode, Drei-Stern- oder Zwei-Stern-Eichmethode nutzen wollen. Die Einfachheit halber benutzen wir jetzt mal die Ein-Stern-Eichmethode und drücken auf Enter. So, der nächste Schritt ist, dass wir uns einen geeigneten Referenzstern einfach aussuchen. Sie blicken also zum Himmel, zum Sternenhimmel und schauen, welcher Stern Ihnen bekannt vorkommt. Die Eichsterne sind grundsätzlich mit die hellsten Sterne der Sternbilder, die da eben enthalten sind in der Liste. Und sie suchen sich einfach den richtigen aus. So. Hören wir mal hochbar. Und dann drücken wir Enter. Und dann fährt das Teleskop automatisch den Referenzstern an. So, das dauert einige Momente. Man sieht es auf der Handbox auch genau, wann das Teleskop den Referenzstern erreicht hat. So, und jetzt blicken Sie direkt durch das Teleskop, durch Ihr Okular oder durch das Sucherfernrohr und schauen, ob Sie diesen Referenzstern eben schon sehen. Wenn der noch nicht ganz exakt in der Gesichtsfeldmitte eingestellt ist, dann nutzen Sie die Richtungstasten der Handbox hier und drücken hier so lange, bis der Eichstern wirklich im Gesichtsfeld zu sehen ist. Danach drücken Sie Enter. So, und dann war das Alignment erfolgreich und Sie können die ersten astronomischen Objekte einstellen. So, und der nächste Schritt ist eben, dass Sie zum Beispiel im Planeten ansteuern können. Sie gehen hier auf Planet. Jetzt nochmal zurück. Dann auf Planet. Und wählen dann aus einer Liste von Planeten, welchen Sie ansteuern möchten. Zum Beispiel Saturn. Da drücken Sie dann wieder auf Enter. Und nochmal auf Enter. Und dann fragt er Sie, ob Sie das Objekt wirklich einstellen wollen. Nochmal und dann fährt er auch automatisch auf Saturn. Und sobald er Saturn erreicht hat, haben Sie Saturn auch exakt im Okular drin. Sie können dann beobachten. Und so geht das mit vielen tausend Objekten, die Sie einfach anschauen möchten. Einfach das Objekt wählen und anfangen lassen. Und Sie können ganz schön dann beobachten. Und Sie können ganz schön dann beobachten. Und Sie können ganz schön dann beobachten.